Hallo aus Bielefeld-Senne. Wir haben hier ein Baugrundstück, was an einer befahrenen Straße liegt. Ich zeige es mal kurz. Ansonsten normale Siedlungsüberbauung hier. Aber hier geht schon ein bisschen Verkehr durch, trotzdem recht schön gelegen. Ein großes Grundstück, über 600 Quadratmeter groß und ihr seht, im Hintergrund wurde auch schon neu gebaut. Und vom Baustil her sind hier Satteldächer, Pultdächer erlaubt. Ich vermute vielleicht sogar eine Stadtvilla. Das müsste man mal anfragen. Das kann ich im Moment noch nicht genau sagen. Ansonsten wären wohl hier gerade ein paar Kanalarbeiten noch erledigt. Soll euch aber nicht weiter stören. Ja, das soll es erstmal hier zu gewesen sein. Alles weitere dann wieder in der textlichen Beschreibung. Bis dann. Tschüss.